Also vom Handball ist mir natürlich eher der Tor-Kreis bekannt, aber tatsächlich hat das sich schnell geändert. Also Stromkreis ist mir super sympathisch, wir sind auch relativ schnell, haben wir zueinander gefunden und von daher freue ich mich wirklich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Also sie unterstützen schon seit vielen Jahren den deutschen Frauenhandball und waren auch schon als Werbepartner bei der deutschen Nationalmannschaft unterwegs und daher besteht die Verbindung sozusagen schon. Und zudem sind auch wichtige Punkte auf deren Agenda Nachhaltigkeit, Fairness, Umweltschutz und das sind auch Punkte, mit denen ich mich sehr interessieren kann. Ja, da ist natürlich zuerst mal Energie, Power, Durchsetzungsvermögen, aber auch Teamgeist, was natürlich beim Handball sehr, sehr wichtig ist und ja, da fühle ich mich hier auch sehr wohl, konnte ein bisschen ins Team reinschnuppern und sind alle wirklich sehr, sehr sympathisch. Ja, natürlich auf den einen oder anderen Energiespartipp, den ich noch abgreifen kann, aber natürlich auch auf die ganzen Projekte, die jetzt auf mich zukommen und ich glaube, da werden wir nämlich Spaß zusammen haben.